Hier sind die ersten deutschen YouTube-News, die zu 1000% ernst zu nehmen sind. Im Studio heute, Schneebastian. Wenn man denkt, dass YouTube Deutschland mal wieder voll am Arsch ist, dann kommen sie vorbei, die Leute von Apple Watch Pictures, und retten mal eben die ganze Welt. Auch wenn sie sagen, dass der Kanal eigentlich eingestellt ist und man das am YouTube-Kanal-Banner ganz gut erkennen kann, erschien vor kurzem erst ein Video. Nur warum? Einfach nur aus Lust sagen sie. Hm, das glauben wir allerdings nicht. Die Community ist sichtlich happy. Warum das genau so ist, das werden wir heute herausfinden in den neuen Salat 3 Newsbreak, die kurze Version, weil wir sonst keine anderen Themen zum Berichten hatten. Deswegen jetzt in der Leitung mein Bruder, Regenbastian. Er kann uns mehr darüber erzählen, denn er ist ein Netzexperte. Hallo Schneebastian und hallo an alle anderen Zuschauer auch. Ich stehe gerade unter einem Apfelbaum. Hierher kam übrigens auch der Original Apple Watch Apfel. Er sagte mir, Can und Tens, dass er endlich wieder Videos drehen wollte, weswegen jetzt auch wieder Videos kamen. Wie, wie, der Apfel hat das entschieden? Ja, in der Tat, das sagte der Apfel selbst. Echt jetzt? Nein, natürlich nicht, aber wenn ich denen einfach sage, dass die halt einfach nochmal Bock hatten, Videos zu machen, glaubt mir das ja niemand. Ja klar, ich meine, warum sollte man auch das machen, worauf man Bock hat, was sie ja früher schon gemacht haben, ne? Genau, sie müssen einiges dazu lernen. Sie müssen sich nämlich an den momentanen YouTube-Stil gewöhnen. Skyguy, Simon Desue und Leon Machéa macht es ja schon vor. Sie müssen Clickbait vom Feinsten lernen, irrenführende Titel und Thumbnails und schlechten Content. Ah, okay, und wie sollen sie das nachholen bzw. lernen? Genau, das funktioniert durch einen Kurs, den ich selbst leite. Diese Woche ist eingeladen Simon Desue. Er zeigt uns, wie man perfekt schlechten Content macht, Clickbait und irrenführende Titel und Thumbnails. Das perfekte Beispiel dafür, hat er mir gesagt, benutzt er sein neuestes Video, in dem er auf die 4 Millionen Abonnenten reagieren will in einem Livestream. Dies jedoch nicht geschieht, da er die 4 Millionen Abonnenten in diesem Livestream nicht erreicht und deswegen in 5 bis 10 Minuten wieder da sein will. Okay, also ich würde sagen, ich breche das mal hier kurz ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay? Also, war auf jeden Fall cool mit euch und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Vielleicht in so 5 bis 10 Minuten. Fans warten heute noch. Aus den 5 bis 10 Minuten wurde nämlich eine Woche. Das hört sich doch spannend an. Allerdings, er zeigt uns auch, wie man sich die Mühe für Thumbnails sparen kann, indem man einfach nur ein altes benutzt und einfach nur ein Bild ändert. Ja, aber das erfordert doch null Mühe. Eben, das erfordert null Mühe und deswegen zeigt er uns noch einen extra Tipp, wie man auf YouTube relevant bleibt. Mit der Masche, ich höre auf mit YouTube und ich habe mit meiner Freundin Schluss gemacht. Damit kennt er sich wohl am meisten aus. Alles klar, danke für diese Information. Dieser YouTube-Kurs ist übrigens für alle offen. Das war es mit den Sala 3 News Break. Die kurze Version, weil wir sonst keine anderen Themen zum Berichten hatten. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr Apple Walk handelt und sie verfolgt habt und ob ihr froh seid, dass sie jetzt wieder Videos machen. Und schreibt doch in die Kommentare, wer es verdient hat, an so einem wunderbaren Kurs teilzunehmen. Das waren die Sala 3 News. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. 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 ения Schectage